Hey! Herzlich willkommen zur ZUTU Challenge. Wir werden an dieser Football Wall unsere Jungs in Pärchen gegeneinander antreten lassen, um die bestmögliche Zeit zu erzielen. Und genau hierum geht es. Eine Wand, zwei Aufgaben. Zunächst sind 60 Sekunden Zeit, um so viele vorgegebene Felder wie möglich zu treffen. Jeder Punkt bedeutet eine Sekunde Zeitgutschrift für die zweite Challenge. Total ZUTU. Jetzt heißt es, so schnell wie möglich alle 16 Felder zu treffen. Leuchtet die komplette Wand, stoppt die Zeit. Das schnellste Team ist am Ende der Champion unserer ZUTU Challenge. So, und als erstes bei mir Scharfschütze Paco Alcázar und Manuel Lacanjo. Manuel, dich muss ich fragen, traust du dir zu, genauso scharf zu schießen wie er? Ich hoffe schon, aber vielleicht nicht so präzise. Darum geht es aber jetzt. Also, willkommen bei der ZUTU Challenge und wir legen los mit dem ersten Spiel. Da geht es los. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Jetzt kommen die ersten technischen Fehler ins Spiel. Ja, der war nicht gut. Und nochmal. Der war zu hoch. Komm schon. Hi. Sehr gut. Weiter geht's. Also, die Maschine ist schon mal begeistert von euch? Der ist nicht einfach. Nein. Noch einmal. Jawohl. Bisschen Wumms und dann läuft es auch besser. Ja, viel Zeit ist nicht mehr. Ein paar Punkte könnt ihr noch machen. Sehr gut. Den lassen wir gelten. Auch wenn der... Das war Forsten. Paco war nicht einverstanden mit der Entscheidung. Und jetzt nochmal ganz oben. Eins. Und... Aha. Vorbei. So, dann gucken wir uns mal an, was ihr am Punkten geschafft habt. Beziehungsweise an Extrasekunden zwölf. Also, ganze Wand voll machen. Und los geht's. Sehr gut. Das sind zwei. Ja, ist egal. Doppel zählt trotzdem. Du sollst ihm nicht alles nachmachen. Du sollst neue Felder ausschießen. Sehr gut. Ja. Wir machen beide ziemlich viel zusammen. Was ja gut ist als Teamsportler. So viel habt ihr noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt noch acht. Dann seid ihr voll. Sieben. Ihr könnt auch näher ran. Ihr müsst nicht da hinten bleiben, ne? Ja, 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 ja. Ihr dürft euch frei bewegen. Sehr gut. Ah, nein. Aha. Jetzt hast du dich eingeschossen, Mann, oder? So, wo fehlt ihr? Unten rechts ist noch einer, genau. Und jetzt oben links. Sehr gut. Noch zwei und ihr seid voll. Eins. Zwei. Ach, da ist noch einer. Hat er sich versteckt. Jetzt noch zwei. Sehr gut. Einer noch. Und den lassen wir gelten. Und wir stoppen die Zeit. Eine Minute und drei, vierundvierzig. Weniger zwölf Sekunden. Einundfünfzig, vierundvierzig. Kommt zu mir. Einundfünfzig, vierundvierzig. Ich glaube, das ist eine ordentliche Zeit, die ihr vorgelegt habt. Wir werden sehen, ob ihr nächstes Mal geschlagen werdet. Seid ihr zufrieden mit eurem Ausgang? Ich glaube, es ist ganz okay. Fifty-one seconds. You satisfied? It's okay. It's okay? I saw some good shots. So, also, wir werden rausfinden, ob es jemand besser machen kann. Beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.